Ach, da bist du ja. Ja, natürlich schon lange. Oh, hallo. Guten Tag. Sie sehen aber gut aus. Selber. So, jetzt kannst du's... Schöne Runde Serious Sam zocken. Oh, hier gibt's was zum Drehen. Oh. Warte mal, da sind sie... Am Rad drehen ist immer gut. So, jetzt hier... Ah, da... Aber da kommen wir nicht rein, ne? Ich glaube nicht. Nö. Warte gar nicht. Ach, da bist du. Musik ist ja episch, finde ich. Ja, und laut. Ja. Finde ich merkwürdig, ich hab's fast ganz runter gestellt. Hm. Oh, bei mir... Hat er grad gestoppt. Ja, bei mir auch. Bestimmt Connection Problems. Ja. Na? Die wollen ja wohl nicht hier. Alter, wenn du bei Touristen rauf gehst oder so, dann hast du glaube ich, dann brauchst du gar nicht mehr zocken. Dann hat man irgendein anderes Problem, ey. Ich glaub, das wird auch schon passieren. Oh. Ja, sonst können wir ja auch wieder eine Stufe höher machen. Äh, ne, 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 äh... Gottes Willen. Ich find das ganz angenehm. Ah, hier sind meine Helm. Ah, Rüstung ist das, ne? Genau. Ah, ich vergesse mal Nahkampf immer. Guck mal, ob es irgendwo noch eine Nebenmission gibt. Ja, bis jetzt... Ist ja eine Hauptmission. Genau. Oh. Ist doch weiter, ey. Guck mal mal ne Menge jetzt. Definitiv. Jetzt hat man auch nicht mehr das Special für den Raketenwerfer. Das find ich echt ein bisschen blöd. Ja. Gadgets verliert. Wahrscheinlich haben wir auch unsere... ...immischen, äh, Fähigkeiten auch gar nicht mehr. Hm, das kann sein. Was ich gut finde, die Waffen behält man, Gott sei Dank. Ja. Das wär ja sonst echt übel. Mal gucken, vielleicht gibt's ja auch irgendwas, was wir noch falsch machen oder so. Ich weiß nicht, vielleicht... Ich muss mal im Netz gucken. Vielleicht gibt's auch noch ne Einstellung zu oder so. Ja, das kann schon sein. Alter. Hm, Flying Uwe. Ja. Zum Flammenwerfer haben. Das sah richtig geil aus, wie das Teil im Weg geflogen ist, ey. Ja. Mal unten, weil oben müssen wir lang. Hm. Wahrscheinlich gibt's da am Ende gar nichts. Aber dann bin ich zumindest hingelaufen. Ja. Alles schön einsammeln. Oh, es gibt, äh... Leben. Ah, sehr gut. Oh nein. Nein. Alter, schwer, wie viel sind das denn? Alter, schwer, wie viel sind das denn? Ja. Einer hat nur überlebt, ey. Schöne Cycle. Ja. Wie viel Zeug die hier haben fallen lassen. Ja. Ja. Alles nur so Einzeldosen, ey. Ja, aber die füllen einen trotzdem auf. Also man kann dann... Ich hab' jetzt fast schon... ... 300 Leben. Ja. Mit Kamikaze mischen. Alles einsammeln. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an Ostereier sammeln irgendwie. Ja. Die sind nicht so schön bunt hier, die Flaschen. Die flackern zwar, aber... Ja. Ja. 300 hab' ich jetzt vor. Aua. So geil, wie das so an einem vorbeifliegt. Ja, ich hab' leider keine Spritze, sonst würdest du ne Spritze kriegen. Ja. Ja. Wie bei Hunter. Oder so. Da steht um Typ rum. Signore, bitte. Ich brauche Hilfe. Signore, es geht um meine Frau Gabriele. Sie ist ein Wissenschaftler, die für die Resistenz. Aber gestern ging sie zu ihrem Labor. Und sie hat nicht zurückgebracht. Kannst du sicher, dass sie gut ist? Bitte. Ich bin ein altes Mann. Ich kann nicht kämpfen. Natürlich, Pops. Pops. Ja. Klar, schön. Nebenmission. Ja. Das ist die Hauptmission. Ah, das sind die Mission. Ja. Ich kann nicht aufnehmen. Ja. hier liegt ordentlich zeug um ich bin auch gerade am überlegen irgendwie hier ist aber alles zu jetzt geht es jetzt auch mal nicht dass wir die verpasst haben wir kamen doch von hier oder wo du jetzt gerade hin rennt da der sagt dann so die richtung und dann vielleicht wird es ja noch das vielleicht nur aufgeht schade weil eine mission ist immer gut ja da kriegt man meistens so coole sachen die waffen wir sind matschbirne weiter wie die auseinander fliegen alles immer gegen die wand gerannt und wie kommen wir denn hier rein zur nebenmission vielleicht müssen wir erstmal hier dieses diese arena überstehen und dann gibt es vielleicht auch was passiert hier nicht so fette mucke ja ja damit ein bisschen also alte playstation games so haben wir irgendeinen übersehen ich guck mal ob wir hier weiter kommen wir haben einen übersehen vielleicht gibt es noch ja jetzt die nächste welle hier das gibt es doch gar nicht kommen denn da an erst mal ein baum weg gerammt da kommen wir hier wir haben da haben wir noch c4 eigentlich ne ne n was kommen noch mehr Gegner okay Klappe das ist ein ganz kleiner unterwegs das ist mein baum mitgenommen ich zieh mal gegen die bäume arme eta wäre echt enttäuscht ja so das war ja das war ja das ist ja fast man merkt gar nicht dass wir auf Hardcore spielen ne das würden wir auf Tourist spielen Wahnsinn ja unglaublich ah das Tor ist auf ja boah ich dachte schon das wird nichts mehr ja das ist doch nice was da so schönes gibt da kommen die ganz kleinen Babys an hier ja sehr schön ach so scheiß Vampir fliegt schon wieder rum ja weil sie dieser andere Vampir dieser extremer irgendwie ja das ist ja nicht drüber ja ja ich habe da ein baum versteckt ja das war es zerfallen ist sie hier ein stück Kuchen ah da ist ja die nächste uns älter er ist gekommen denn dann noch wir müssen mal auf die alte konzentrieren nach oben ist hat mich mit fässern beworfen das gibt es ja gar nicht das ist schon ein bisschen nervig jetzt ist sie auch weg hier kommt noch ein bisschen munition looten ich höre irgendwas grosses irgendwas macht geräusche auch da alter ich dachte wo kommt der was kommt da denn angelaufen weggezogen ist hat sie ihn richtig zerlegt ich sehe nichts alter zyklope weil ich doch die kais auch nicht für die schlauste nähe wie die angeraten kommen ja das ist wirklich witzig jawohl 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 alles schön einsammeln ja 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 auch wieder was zu lesen wollen wir aber nicht was ja da waren lag hier noch ein brief rum eben lesen für deine zuschauer sind wir daneben 12 gegner leckt mich an der täsche laufen hinter mir noch hinterher einer zack noch einer